Die erste Einheit war gut. Ich bin fitter als gedacht, sagen wir mal so. Ich habe drei Wochen jetzt, ein bisschen mehr als drei Wochen jetzt Pause gehabt, fehlen auch ein bisschen die Ballführung, aber das ist ganz normal. Ich fühle mich gut, fühle mich fit, fühle mich frisch und mit voller Freude auf die neue Saison. Ja, ich bin froh hier zu sein. Ich habe ja schon die erste Trainingswoche hier mit dem neuen Trainer, das ist schon ein Gefühl, wie es ist. Es ist nicht weniger intensiv geworden vom Training her und ich bin froh, dass es bald wieder losgeht. Die Saison wird es, wie die letzte Saison, darauf ankommt, dass wir fit bleiben, so viele Spiele wie möglich fit bleiben, dass wir immer mit voller Power ins Spiel reingehen können. Ja, wir haben halt einen tollen Kader dieses Jahr wieder und deswegen, wenn wir uns fit halten, dann werden wir, glaube ich, genauso eine gute Saison spielen dieses Jahr wie letztes. Die letzten 1,5-2 Jahre waren schon hart. Am Anfang war man froh, dass man spielen durfte. Mit der Zeit wurde es dann schon hart, weil ohne Fans ist nicht das Gleiche. Wir sind umso glücklicher, dass jetzt selbst hier beim Training ein paar Fans dabei sind. Den wollen wir natürlich auch nach zwei Jahren ohne Fußball, ohne Fußball im Stadion zeigen, dass sie nichts verlernt haben. Das ist nicht das Gleiche. Wir sind das Gleiche. Wir sind das Gleiche. Wir sind das Gleiche.